Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Stark, stark, stark. Juan Arango gibt es doch gar nicht. Erster Schuss aufs Tor von Diego Benaglio und der ist gleich drin. Elfte Minute, 1 zu 0 für Borussia Mönchengladbach. Er wird natürlich stinksauer sein. Was für ein Tor von Juan Arango, ja. Da kann man auch mal die Schuhe putzen, so wie es Kulé hat. Tor! 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 Tor für die Borussia. Tor für die Borussia. So, jetzt bricht etwas Hektik aus auf der Mainzer Ersatzbank. Gucken wir mal auf Müller. Ja, rechtzeitig noch vor Hermann. Ja, ja. Und Arango. Arango, der ist drin! Der ist drin! Der ist drin! Und da geht Hanke dran. Dann wäre es vielleicht sogar abseits. Aber das Tor zählt. Das Tor zählt. Der war ja eine gefühlte halbe Stunde unterwegs von Juan Arango. 2 zu 0 für Borussia Mönchengladbach. Zwei Chancen, zwei Tore. Tor! 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 Tor für die Borussia. Tor für die Borussia. Tor! 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 Tor Ein unglaublicher Ball. Er hat es selber gar nicht für möglich gehalten. Lüsser Fabrik auch nicht. Ich dachte, der Ball geht drüber. Dann aufwärts. In Endeffekt. 1 zu 0 für Borussia Mönchengladbach. Diesen fantastischen Fallfehler von uns. Die Tour hat der Leipzig. 2 Schritte schieben. Tor für die Borussia Mönchengladbach. Tor für die Borussia Mönchengladbach.